Ich lerne Deutsch. Nummer 10117 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Dame ist die stärkste Figur im Schach. Sie ist sehr vielseitig und kann in jeder Stellung eingesetzt werden. Die Dame ist die stärkste Figur im Schach. Die Dame ist die stärkste Figur im Schach. Sie ist sehr vielseitig und kann in jeder Stellung eingesetzt werden. Im Büro herrscht immer mehr Stress. Einige Kollegen sind krank, andere haben gekündigt. Im Büro herrscht immer mehr Stress. Im Büro herrscht immer mehr Stress. Einige Kollegen sind krank, andere haben gekündigt. Ich weiß nicht, was richtig ist. Hat jemand darauf eine Antwort? Ich weiß nicht, was richtig ist. Hat jemand darauf eine Antwort? Akzeptanz beschreibt die Einstellung einer Person zu einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Ereignis. Den Lehrkräften kommt im Bereich der Bildung eine entscheidende Rolle zu. Den Lehrkräften kommt im Bereich der Bildung eine entscheidende Rolle zu. Steig auf den Scooter und halte dich an mir fest. Wir fahren gemeinsam. Steig auf den Scooter und halte dich an mir fest. Wir fahren gemeinsam. Steig auf den Scooter und halte dich an mir fest. Wir fahren gemeinsam. Während der Pandemie wurden wir aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Während der Pandemie wurden wir aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.